Ja, moin Leute, hier bin ich wieder, Howland Dog. Heute geht's mal Wolf-Tiefbau zweiter Teil. Heute zeig ich euch wirklich mal heißes Unterm Schieber, denn heute sind wir beim Unterbau bei für Sieleinfassungen und Betrieb zu hoch. Also guckst du hier. Ja, da sind die Jungs schon voll bei der Arbeit. Schön entspannt wie immer. Man soll sich ja nicht totmachen. Man will ja auch noch die Rinde erreichen. Also hier, guck mal. Guckst du, schiebt das schön alles zusammen hier. Ja, das ist auch noch heiß. Wie man sieht, haben wir hier auch eine Fläche, die ist schon fertig. Da haben wir den Handburg-Bischung eingebaut. Ja, wie man sieht, schön um den Gulli rum. Hält besonders gut. Und da kommt noch eine schöne Deckschicht drauf. Dafür muss dann nochmal Fockwand geklebt werden. Da kriegt das auch man auch. Jo, da ist die Weiße, die nachher Action macht. Ja, dann haben wir hier wieder die dicke, fette Stornia-Maschine, die den Asphalt bringt. Ja, da ist die Weiße. Ja, da ist die Weiße. Ja, da ist die Weiße. Ja, meine Heiße. Achtung nach zwei, extra 2 Jep